So, wir sind jetzt bei den hängenden Brücken in Monteverde, in Cloud Forest. Wir sind glücklich, dass es nicht regnet und wir wollen hier keine Wolken haben. Und wir haben jetzt Low Season und wir sind mit drei Mann die einzigen, die hier drüber gehen. Plus Guide. Das ist schon eine tolle Sache. Ja, siehste. Und du wolltest das nicht buchen. Ihr Guide, ihr Guide, ja. Das ist ein Kronias, das ist eine Bananas. Bananas? Ja. Das ist die gleiche Gruppe, nicht die gleiche Familie. Das ist ein Kricket. Das Kricket. Das Kripp ist ein Kripp. Das Kripp ist ein Kripp. Das Kripp ist ein Kripp. Manchmal mit den Wins und manchmal mit den Bogen. Ja. Das ist die Kripp. Ja. Oh, look at it. Oh, look at it. Well, you see long antennas. Das Kripp. Cool. What is it? Heusch Kripp. Kripp. You hear them at night chirping. Chirp. Zirp. Around 45, 65 years old. Okay. Tachtsanlein. Tachtsanlein. Ja. Ja. Das ist am Pult. Das ist angst, Das. Ja. Ich kann die Gergon chänz. Anyone? Green, right? undert,iateke. Das sind die MID. Es ist ein Video. Ja. Kannst du es essen? Nein, danke. Wenn ich es fahre, dann wird es zwei Tage schmerzen. Das ist ein bisschen. Es ist ein paar Menschen. Einige Menschen ist die größte als andere. Das ist schön. Was ist das Name? Ein Walking Stick. Das ist ein Flieger, ein Walking Stick. Und das ist ein Christellantis. Diese Hängebrücke ist jetzt 300 Meter lang. Die längste. Ist das die längste? Ja. 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 Das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee. Das ist eine Naturische Kvalle. Das ist eine Naturische Kvalle. Das ist ein großer Fungus. Das hier ist ein Climbing Tree, du kannst tatsächlich hier in den Baumhof köln. Das ist unser 74-jähriger Ron Intermittent. Das ist ein Climbing für mich. Das ist ein Climbing für die Hose. Das ist ein Climbing für die Hose. Das ist ein Climbing für die Hose. Das ist in front. Das sind kleine Räume in da. Was ist der Name von der Hose? Das ist ein Climbing für die Hose. Das ist ein Climbing für die Hose. Das ist ein Climbing für die Hose. Vielen Dank. Vielen Dank.